Für das nächste Stück würde ich gerne David Bircher auf die Bühne bitten. Er hat mich sehr unterstützt bei der Entstehung dieses Stück. Wir sind also nicht nur heute und gestern hierher gesessen und haben dann schnell zusammen gesetzt. Sondern in den Herbstferien waren da ein, zwei Tage stange Arbeiter dahinter. Ohne seine Hilfe würde das heute nicht so auf Bühne gebracht werden. Amen. 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 Amen.